Herzlich willkommen zurück bei einem niegelnagel neuen Case Opening. Wir sind wieder back mit 20 Kisten und Kies der Gamma 2. Und auch wenn es nur für die Gamma 2 Kisten zählt, dadurch dass die Rapidlan und so weiter ja schon die einige Zeit her ist und ich seitdem kein Knife gezogen habe und davor auch nicht, also unmittelbar davor nicht, sind wir bei, ich würde sagen ungefähr 1000 Kisten ohne Knife. Aber wir zählen ja natürlich nur die Gamma 2 Kisten, deswegen gucken wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das Ding hier zeitnah gelöst bekommen, denn ich bin es leid, diese blauen Sachen hier zu bekommen. Und ich hätte gerne einfach mal wieder Gold und zwar so ein Banger Gold. Weißt du, nicht so ein Low, nicht so ein Medium, sondern so ein Banger Gold. Noch nie ein Ruby, noch nie ein Sapphire, noch nie ein Emerald geunboxt. Ja, also ich glaube, es wird Zeit, dass wir halt so ein richtig krankes, krankes, krankes Knife ziehen. Mal gucken, mal gucken, bisher. Wir starten halt rein und dann siehst du das hier. Ich meine immerhin, und das kann ich mir nicht vorwerfen, ich glaube, niemand von euch fühlt sich motiviert, Gabens Kisten zu öffnen, wenn man sich hier mein Video reinzieht, oder? I don't think so. Bisschen schütteln. Ja, ich glaube, ich habe die Farbe von der Waffe geschüttelt, so ey. Da ist mal richtig Battlescard. Komm, hier. Die vier Stars connecten mit diesem Rare Special Item. Daraus wird das beste Item, was du mir geben kannst, aus dieser Kiste. Wird bangermäßig krass, wir sind alle happy. Vielleicht aber auch nicht. Zweimal pink gesehen, dreimal pink gesehen. Äh, äh. Wir haben nur blau. Wir sind zehn Kisten Dieb und haben ausschließlich blau. Ja, gut. Elf Kisten blau. Wir haben purple. Was für ein krank geiles Case Opening. I love it. Die Gamma 2 gönnt uns mal wieder absolut mega nice. Ja, und damit ist es auch schon wieder vorbei. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Kiste. Hm. 0,03. Damn. Quick Opening hat es gebracht, wa? Ey. 12,50. Back to back. Okay. Gut. Sorry. 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 Ich schlürfe meinen ersten Schluck meines Kaffees mit Espressobohnen, weil ich keine normalen mehr hatte. Ah, passt. Das ist schon okay. Purpelt. Ich glaube, ich mache heute Kisten auf, bis ich aus der Gamma 2 einen Knife habe. Ich glaube, ich ziehe einfach durch. Ich glaube, ich mache das gleich. Echt jetzt. Wir machen einfach so lange, bis wir einen Knife kriegen, weil ich keinen Bock mehr habe. Beziehungsweise bis Steam sagt, Sie dürfen nicht mehr Sachen einkaufen. 1800 Euro ist die Grenze. Lasst einen Like da. Freut euch auf die nächsten Folgen. Irgendwann werden wir es schaffen. Tschüss. Das ist neu. Vielen Dank.